Ja, dann freue ich mich. Keuja, Keuja Zedatus. Es ist lange her, dass du mal in der offenen Folge zu Gast warst. Letztes Jahr im Sommer, vor ziemlich genau einem Jahr, damals über die Krawalle in Frankreich. Auch schon wieder ein Jahr her, ne? Richtig, richtig, ja. Du weißt schon, der Aufstand des Subproletariats. Genau. Gar nicht anders können. Ja, ich weiß nicht. Genau. Kannst du dich noch erinnern an dieses eine Video, das war so ein ZDF-Interview mit dieser Emilia Wark, heißt die, glaube ich? Genau, die so ein bisschen, sagen wir mal, mulattisch quasi, so ein Mixed Race quasi aussieht. Und vor so einem riesen, was hat sie, so ein Cello und so ein riesen Bücherregal? Genau, so ganz schöne, sanierte Altbauwohnung in Berlin-Mitte mit drei Zimmern, hell, sonnendurchflutet, schweineteuer wahrscheinlich. Genau, für ein Parkett. Genau. So, und die ist jetzt, die ist ja voll auf irgendeinen Palestine-Trip, ne? Ich hab das ganz am Rande mitgekriegt, was die jetzt da, ja. Gut, das wundert mich nicht. Ich wollte mal schicken, irgendwas hab ich da gesehen, irgendein Palästina-Kitsch von ihr, aber... Ja gut, wundert mich nicht, anhand dessen, was sie letztes Jahr gesagt hat. Ich fand's so bezeichnend, da sagt dann halt diese Antirassismus-Expertin, die sagt dann, erzählt dann, labert da irgendwas mit, dass die Gewalt in Frankreich, das ist nur das Resultat wegen dem Rassismus und der Polizeigewalt. Und man sieht halt ihre Wohnung... Irgendwann wegen Klima, die sind alle besorgt wegen dem Klima, ja. Stimmt, wegen dem Klima, genau. Und dann siehst du halt im Hintergrund, im Hintergrund siehst du halt ihre Altbauwohnung, die sich garantiert kein einziger Bornliefbewohner jemals in seinem Leben leisten könnte. Das fand ich so bemerkenswert. Ja, ja, so sieht das nämlich aus. Koja, liebe Grüße nach Berlin. Du bist ja ganz oft auch hinter der Paywall, da machen wir nachher auch weiter. Aber ich dachte mir, komm, mal wieder auf eine Folge. Du bist ja sowieso demnächst wieder mein Gast, weil ja ein neues Buch von dir rauskommt. Kannst du nachher am Ende noch ein bisschen Promo auch machen? Aber erst mal die Frage an dich, hast du auch seit Tagen den Ohrwurm, den verbotenen Ohrwurm? Ja, ich erfreue mich nicht unbedingt an dem Ohrwurm, aber an der mimetischen Fabrik, die da um das Ganze entstanden sind. Also mittlerweile ist es ja wirklich witzig. Also dieses Originalvideo von Sylt, von der Terrasse, gut, okay, irgendwie eine schmierige Klientel. Aber es hat sich halt so schnell entwickelt, dass du sowas wie die Syltkröte, hat einer so eine kleine Meeresschildkröte, die die Flosse emporheckt. Der Weltkorekt fotografiert ist dann die Syltkröte und es ist halt sehr viel zum Schmunzeln einfach und dieses Döp-der-Döp. Ja? Also die Memes sind teilweise richtig gut. Also das ganze Ding ist ja an sich ein Meme. Also daran, ich finde, man sieht wunderbar, wie halt tatsächlich Meme-Culture, Meme-Wars, wie das eigentlich mittlerweile funktioniert. Also wer jetzt nicht erkennt, dass wir in irgendwelchen postmodernen Zeiten, ich würde sagen, das ist jetzt die Peak-Postmoderne, in der wir leben. Also wer das nicht erkennt, der ist halt einfach, der ist ein alter weißer Boomer. Sorry. Weil auch nur die regen sich darüber auf. Und halt ihre jüngeren Gefolgsleute halt. Aber ansonsten, die Memes, also ich glaube, mein Lieblings-Meme war das berühmte Bild aus American History X, wo Edward Norton, den Film haben bestimmt alle auch, die unser Alter sind, gesehen. Edward Norton damals, diese Szene in Schwarz-Weiß, wo er verhaftet wird, nachdem er einen Schwarzen ermordet hat durch den Kahnstein, durch den Kahnstein tritt, den Kahnstein beißen. Und dann gibt es ja dieses, in Anführungszeichen, iponische Bild aus dem Film, wo er so mit nacktem Oberkörper, das steht, so die Hände hinter dem Kopf, weil die Polizei ihn gerade verhaftet. Und er hat ja, du siehst ja, er hat ja das Hakenkreuz tätowiert. Ja. Möld-Meme ist halt, der Umriss der Insel Syltraub. Das ist so witzig. Also die Memes sind wirklich sehr, sehr gut. Weil das ganze Ding, es ist ein einziges Meme. Und ich finde auch wirklich, ich möchte das noch so ein bisschen als Schwerpunkt machen heute, weil ich finde, das ist wieder ähnlich wie diese Massenproteste zu Beginn des Jahres, nachdem die Wannsee-Konferenz 2.0 enttarnt wurde. Ist es ähnlich, die Hysterie und gleichzeitig, wie es halt sich aber komplett verselbstständigt. Das finde ich super merkwürdig. Genau das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Es hat sich binnen Tagen verselbstständigt. Und es ist ganz interessant, dass diese Memesache im Moment ja was Entradikalisierendes hat. Also es ist genau das Gegenteil wie bei 4chan oder so, was halt als subversiv und witzig mal angefangen hat und dann wirklich so eine Insel-Klitsche binnen ein paar Jahren geworden ist, wo dann irgendwelche Angriffe auf Synagogen und Moscheen irgendwie gelivestreamt wurden. Und hier ist es genau andersrum, dass du halt was nimmst, was eigentlich aus der Neonazi-Szene kommt, der Spruch. Dann über diesen Schritt Sylt, wie halt so diese immer großbürgerlichen Rich-Kids halt sind. So, nehm mal an, die wählen halt AfD oder so. Klassische Neonazis sind es nicht, so. Nee. Und dann im dritten Schritt gleich schon die Galataserei-Istanbul-Fans hast mit ihren Galatasereischals, die da hüpfen und Ausländer raus. Und ab dem Punkt ist es, ja, weiß ich auch postmodern der richtige Begriff ist, aber es ist halt, es hat ein komplettes Eigenleben entwickelt. Ich muss auch nachdenken, ich habe heute was gefunden bei der Berliner Zeitung zu den Galataserei-Fans. Ja. War leider hinter einer Paywall, ich konnte es nicht lesen. Achso, schick mir zu, es gibt Möglichkeiten, das trotzdem zu lesen. Ja, das wäre gut, ja. Ohne ein Abo zu haben. Ja. Und, ja, kannst ja halt sagen, es sind vielleicht Männer, die so mitten im Leben stehen, die hier, weiß ich nicht, ein kleines Unternehmen haben oder irgendwas und jetzt damit ausdrücken wollen. Und, ähm, weiß ich nicht, sie wollen jetzt nicht Merkels Flüchtlinge durchfüttern irgendwie, die dann dauerhaft, weiß ich, im Sozialen. Heißt das sowas? Galataserei gilt ja eher als so ein Elitärer, so ein bisschen snobbiger Club. Meines Wissens ist es jetzt nicht so der Proleten-Verein. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also ich glaube, man kann da vieles reininterpretieren. Ich habe da auch Sachen gelesen und ich dachte, ja, das kann man jetzt dann irgendwie, vielleicht ist das der unbewusste Ausdruck von all diesen Leuten, die das halt dann auf jedem Volksfest und auf jeder, in jeder Dorfte so rufen, ja, okay, aber vielleicht ist es halt einfach wirklich auch nur, es ist ja wirklich so, du hörst halt dieses Lied. Und wir kennen es, ich hatte das damals auf CD, ich habe mir das 2000 gekauft, das Doppelalbum, das hieß sogar L'Amour Toujours von Gigi Da Giustino, noch mit dem Original drauf. Die Album-Version ist nämlich anders als die Single-Version, die eigentlich so bekannt geworden ist später. Ja, auch schon, das ist, das Lied ist im Original 25 Jahre alt. Dieser Remix, der jetzt so, der jetzt wieder Platz 1 in den iTunes oder Spotify-Charts ist, der kam, glaube ich, dann 2001 als Single raus. Und das ist halt der mit dieser, mit dieser, mit dieser, das ist ja so Vuvuzela-mäßig, so eine Tröte. Das ist eigentlich nicht das Original. Das ist eigentlich schon eine, das ist die Single-Version von Gigi Da Giustino oder Da Giustino. Ich bleibe jetzt bei Da Giustino, das ist mir einfacher auszusprechen. Genau, und das ist, das ist, es ist einfach komplett selbst, es hat sich ja komplett für selbst stehen, in dem Sinne, dass du halt das mittlerweile, du hörst das Lied und du hast sofort diesen Gesang. Der ist einfach drin im Kopf. Und das, das, das ist, glaube ich, wirklich was, warum, dass viele auch einfach singen, die natürlich nicht ein rassenreines Deutschland wollen, die nicht ein ausländerfreies Deutschland wollen. Ich will aber nochmal auf die Parole auch nochmal eingehen, weil, ähm, also erstmal vorweg, es ist das deutsche Let's Go Brandom. Das ist definitiv das deutsche Let's Go Brandom. Ja, das ist schon drastischer, ne, Let's Go Brandom ist, 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 hat keinen Ursprung in einer Neonazi-Parole. Nein, das stimmt, das stimmt, aber so vom, vom, wie das sich, wie sich das so, wie die Flamme sich entzündet hat und wie es dann sich verselbstständigt wurde, das ist tatsächlich, das ist schon ähnlich wie das Let's Go Brandom. Natürlich ist die Aussage, Let's Go Brandom, fuck Joe Biden, ist natürlich um einiges weniger, also um einiges harmloser als döp, 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 so. Ich sag's lieber nicht, wer weiß, wer weiß, wer weiß, aber jeder weiß, was da gesungen wurde. Aber das ist halt auch Galataserei-Fans singen und ich hab auch so viele andere noch gesehen, also ich hab da so viele Leute mit Migrationshintergrund, die verteidigen. Du hast mir eins geschickt, du hast der Jan Tarum da gepostet, dann noch mehr auf Twitter. Ist schon interessant so und das ist halt, wie, wie buchstäblich willst du überhaupt irgendwas nehmen, ne? Es ist halt, das versteht halt so die, die, die Haltungslinke halt nicht, dass du... Nee, gar nicht, überhaupt gar nicht, das finde ich wirklich beachtens, beachtlich und die Parole an sich, Deutschland, die Deutschen, Ausländer raus. Das ist halt eine Parole, wir verbinden das, wir beide sind in den 80ern geboren, wir kennen die 90er-Jahre noch, auch die Nuller-Jahre noch, obwohl es da schon eigentlich diese Pogrom-Zeit vorbei war, zum Glück. Aber wir kennen das natürlich, die Leute, die in unserem Alter sind oder noch einen Ticken älter, verbinden mit dieser Parole halt die klassischen 90er-Jahre, Nazi-Skinheads, Boneheads, Bomberjacke, Karl Geschorn, Doc Martens und dann ein Aufnäher, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, mit Schwarz-Weiß-Rot drauf, Baseball-Sticker. Also wirklich diese klassischen Nazi-Skins, die halt diese Parole gerufen haben, als sie halt die Asylbewerberheime oder Ausländerwohnheime in Rostock-Dichtnagen und Heuers Werder am Brand gesteckt haben. Und daneben ein Mob von Tausenden von Menschen stand, die angefeuert hat, als dort Leute wie der Pisser von Rostock, Harald Ebert, ich hatte ihn heute Morgen nochmal in der Insta-Story drin war, das berühmte, das ist ja, das war ja schon quasi ein Meme, bevor es Memes gab. Der Pisser von Rostock, wer das nicht kennt, irgendein armer Mann, eigentlich ein armer Tropf, der steht mit eingepisst, eingenäßter Jogginghose und einem Hitlergruß am Rande dieses Pogroms in Rostock-Dichtnagen 92. Und das ist das, was man eigentlich mit dieser Parole verbindet. Aber, dazu muss man ja sagen, und damals hatte diese Parole ja wirklich was zutiefst Bedrohliches, weil diese Leute ernst gemacht haben mit dieser Ansage. Aber, man muss auch dazu sagen, diese Parole war auch schon 1992 völlig wahnsinnig. Wahnsinnig, weil es war auch schon 1992, lebten schon in der alten BRD, ich glaube, mehrere Millionen Menschen, die keine gebürtigen Deutschen waren, sondern Zuwanderer. Vor allem natürlich aus Italien und der Türkei, also im Zuge dieser Gastarbeiter-Migration und natürlich auch im Zuge des Endes des Ostblocks, als halt sehr, sehr viele jugoslawische Bürgerkriegsflüchtlinge nach Deutschland kamen, gegen die sich damals ja primär die ausländerfeindliche Gewalt gerichtet hat. Also in Rostock-Dichtnagen wurden dort erst, ging es erst gegen Sinti und Roma, Rumänen oder halt eben gegen bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge, die dort halt unter unwürdigen Bedingungen kampieren mussten, weil diese Zast komplett überlegt war. Und als die weg waren, hat sich das gegen Vietnamesen gerichtet, die halt da schon zehn Jahre lebten, die in der DDR da irgendwie am Rande der Gesellschaft irgendwo gearbeitet haben und auch nie in die Gesellschaft irgendwie assimiliert oder integriert wurden, weil die ja immer irgendwie, das waren halt so die Vorzeige-Ausländer aus dem sozialistischen Bruderland Vietnam, aber die sollten ja irgendwann auch wieder weg. So, ging aber nicht weg und dann hat sich halt der Volkszorn 92 gegen diese Menschen gerichtet. Heutzutage ist es eine ganz, ganz andere Migration und dieser Spruch, Deutschland, die deutschen Ausländer aus, der ist ja noch viel, viel wahnsinniger, als der das schon vor 30 Jahren war. Weil ich glaube heutzutage hat jeder vierte Deutsche einen Migrationshintergrund. Das ist einfach Bullshit, also ob man will oder nicht, aber Deutschland ist ja mittlerweile ein Einwanderungs- und Migrationsland mit allen Vor- und auch sehr großen Nachteilen natürlich, wenn man halt eine unregulierte Migration stattfinden lässt. Aber das ist halt, ich meine, als ob es da irgendwie um den Italiener geht, der hier sein Restaurant macht oder als ob es um Achmed geht, der in der zweiten Generation den Döner-Imbiss weiterführt, wo halt auch die Sylt-Kids gerne essen. Also ich meine, come on. Ja, oder den türkischen Kommilitonen oder genau. Ja, eben, genau. Und ich glaube, das haben halt auch sehr viele migrantische Mitbürger, um diesen feinsinnigen Sprech zu verwenden, die haben das verstanden, dass das nicht gegen sie gerichtet ist. Das ist halt keine Gefahr von diesen Sylt-Ridge-Kids oder von irgendwelchen Dorffests, als es halt ausgeht. Genau, du hast mir auch den Farid Bang geschickt, der ist ja im Instagram-Video ein paar Sekunden mitsummt und so. Ja. Das kannte ich noch nicht, die Galataserei-Fans kannte ich schon. Ja, und es gibt auch, ich habe noch ein anderes Video gesehen, TikTok ist voll damit, wie halt wirklich Migranten, migrantische junge Jungs, gut gelaunt halt dieses Dö, 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 Dö. Und die lachen sich halt kaputt. Und ey, es ist halt einfach fucking witzig. Und das halt die Einzigen, die das nicht verstehen und jetzt rumheulen, sind entweder diese Quoten-Migranten, die halt genau dieses Narrativ des achso-rassistischen Deutschlands aufrechterhalten müssen, weil sie davon leben. Weil sie halt genau, oder weil sie genau zu diesem Staatsbetrieb gehören. Ja. Und wer das auch nicht versteht und dieser Staatsbetrieb, also ich meine jetzt so Leute wie Sasson Schäbeli in der Politik oder Stefan Anpalagan, was weiß ich, im medialen Betrieb oder so weiter. Und ansonsten ist der Betrieb ja aber sehr, sehr weiß und deutsch. Also von Böhmermann über hier Paus, Faeser, Scholz, die sich alle dazu geäußert haben, über die Verhältnismäßigkeit können wir auch nochmal sprechen. Aber ansonsten ist das ja ein rein weißer, käsebleicher Allmann-Betrieb, der da sich in die Hose scheißt und ein Ding daraus, eine Staatsaffäre daraus macht, als würde 92 wieder an der Tür klopfen. Bürgerliche Rentnerinnen aus Sylt, die dann an der Mahnwache, Sylt ist weltoffen und so, die es halt wirklich so buchstäblich auslegen. Ja, genau. Ganz halt spannend, dass sogar zu dem Sylt-Video selbst, dem originalen Sylt-Video, hat ja sogar Nancy Faeser gesagt, das ist an der Grenze der Strafbarkeit. Also nicht mal da ist klar, ob das wirklich Volksverhetzung ist. Ja. Angetrockene Menschen, weißt du halt nicht. Also fand ich schon interessant, dass selbst die das einräumt. Das ist, ja. Ja, ja, ich hatte dazu auch eine Meinung. Was anderes wie das auf einer Demo vorm Flüchtlingsheim zu skandieren oder so, ne? Genau. Es kommt bei solchen grenzwertigen Parolen auf den Kontext drauf an, wenn das halt einen eindeutig bedrohlichen Charakter annimmt, wie wenn das halt wirklich Neonazis und ihre Sympathisanten das halt von einem Flüchtlingswohnheim skandieren, hat das, glaube ich, juristisch eine andere Wertung, als wenn das halt irgendwelche Besovskis auf dem Dorffest oder auf der Insel vor dieser Nobelkneipe da machen. Genau. Also auf Sylt, das war ja ein besoffenes Gehampel, so, ne? Ja. Und das halt jeder schon mal gemacht hat. Ja gut, also Deutschland, die deutsche Ausnahme raus, habe ich jetzt nicht besoffen gerufen. Ich auch nicht. Nein, nein, ich auch noch nie, ne? Aber zum Glück gab es in unserer Jugend noch keine Smartphones oder keine sozialen Kanäle. Ja, und jeder Deutsche im Amt darf manchmal den Hitler sprechen nach und so, weil das jeder kann, ne? Ja. Naja, also ich meine, das ist ja eh klar, der Inhalt ist ja eh klar, das heißt natürlich irgendwie, also dass man sich davon distanziert, also das ist ja eh klar, so. Aber trotzdem sage ich mal, ich bin froh, dass es zu meiner Jugend noch keine Smartphones und keine Social Media gab, weil ich habe bestimmt besoffen mit 16, 17, da habe ich gar kein Alkohol trungen, aber mit 18 habe ich wieder angefangen, da war meine Straight-Edge-Faser vorbei, da habe ich besoffen natürlich auch, garantiert auch als Linksradikaler, auch mal Dünnpfiff erzählt, mit Sicherheit. Da gehe ich fest von aus. Zum Glück hat das keiner gefilmt. Wer weiß, wie man das heute nachtragen würde. Es ist natürlich auch so, diese Verhältnismäßigkeit ist natürlich auch völlig kaputt. Also da habe ich auch Videos gesehen, wie das von dem Mann aus Gambia, der ja dunkelhäutig ist und aus Deutschland nach Gambia emigriert ist, das fand ich besonders interessant, der auch sagt, was soll denn das? Und es gibt ein anderes Video, wie auch ein, ich glaube, es ist auch ein, ich weiß gar nicht, arabischer Mann, arabischer Moslem, der selber sagt, er war mal Marxist, so, der zwei Minuten darüber sich echauffiert, was das für eine Unverhältnismäßigkeit angenommen hat, diese mediale Hexenjagd. Also wenn das, wie gesagt, wenn das halt, die von euch immer so umworbenen, paternalistisch umworbenen Kuscheltiere halt erkennen, wenn das von Farid Bang bis hin zu irgendwelchen albanischen Muslimen halt besser erkennen und das witzig finden und sich darüber lustig machen oder halt dieses Meme halt aufgreifen, dann sollte das doch eigentlich klingeln. Aber nein, stattdessen, der Next Step in Deutschland ist natürlich verbieten und zwar, ja gut, Oktoberfest soll nicht da, soll es nicht laufen, auf den Fanmeilen soll es nicht laufen, ich meine, jetzt fängt der bei die WM an, die Stuttgarter Vasen soll es, glaube ich, auch nicht laufen, es läuft nicht auf der Travemünder Woche in Lübeck, auf der Kieler Woche nicht, also es ist, das lässt sich endlos fortsetzen. Ja gut, in Smartphone-Zeiten Ja, die haben sich halt selbst so ein bisschen so ein Bein gestellt, sich selbst so einen Galben gebaut, das kann man schon sagen im Internetzeitalter, dass du halt schon wissen musst, dass halt alles von dir im Netz irgendwie landen kann und Und es ist halt, ja, es ist halt eine Hexenjagd, also wenn Frau Bärbel-Bass, wie heißt sie? Bärbel-Bass, ja. Bärbel-Bass sagt, ja, die Höchststrafen, also Haft und ohne Bewährung und so. Ja, das hatte ich auch was bei, ich glaube, bei Lanz hatte ich es gesehen, das war auch ein Jurist, Kai Ambos heißt der, glaube ich, der sagte auch, er wundert sich, dass sich für fachfremde Leute wie Frau Bars halt dazu äußern und, also wie gesagt, die Parole ist halt nicht verboten, es ist nicht per se Volksverhetzen, sondern denke, wie gesagt, es kommt auf den Kontext drauf an. Und ich denke jetzt auch, diese ganzen Ermittlungsverfahren, die die Polizei jetzt allen anleitet, also das Lächerlichste war ja echt mit Magdeburg, das hast du mir ja geschickt, wo dann wie ein Ohrzeug hörte, wie zwei Männer dieses Lied hörten im Auto und dazu den verbotenen Text mitgröhlten und die Polizei hat dann die Smartphones beschlagnahmt. Was wollt ihr denn darauf finden, dass die auf YouTube La Mour Toujours von Gigi D'Agostino, das Beweismittel wäre dann doch der Mund und nicht das Video, weil das Lied hat ja keinen rechtsradikalen Text, Gigi D'Agostino singt nicht, aber schon den Deutschen, der singt I fly with you, das singt Gigi D'Agostino, es geht nicht um das, das ist so geil, das ist wirklich das Ausmaß der History, ich merke es halt, ich weiß da immer gar nicht, wie man anders darauf reagieren soll, außer herzhaft zu lachen, das kann doch, das nimmt doch keiner ernst. Ich hab spätestens, ich hab ab den Galataserei-Fans und ab dieser wahnsinnigen Meme-Produktion einfach, da hab ich nur noch geschmunzelt, ne, es ist halt, ähm. Naja, und das ist ja wirklich... Das ist deradikalisierend, du hast, es ist ein bisschen wie der Begriff Gay oder so, der halt herabwürdigend mal war und dann von Schwulen selbst aufgegriffen wurde und jetzt nicht mehr herabwürdigend ist so und es ist ein bisschen sowas, wir haben halt was genommen und das so ins Lächerliche, wie gesagt, bei den Galataserei-Fans weiß ich es ganz ehrlich nicht, ob das ist doch irgendwie ein Kommentar zur Flüchtlingspolitik irgendwie, wir sind hier die türkische Mittelschicht und müssen hier irgendwelche Leute, die da dauerhaft Bürgergeld kriegen oder irgendwas mitfinanzieren und sowas in der Art vielleicht ist. Ja, da wird es gar nicht so wenig geben von Menschen, die auch eine Zuwanderungsgeschichte haben und hier mittlerweile zur Mittelschicht gehören und auch hier irgendwie sich was Erfolgreiches aufgebaut haben, auch gar nichts zu tun haben mit den Leuten, um die es ja meistens geht, wenn man sich über die negativen Folgen der Migrationspolitik der letzten Jahre auslässt. Und da wird es sehr, sehr viele Menschen geben, das hat ja auch mein Lieblingsideologiekritiker Flair auch gesagt in einem Interview mit der Welt, wo er gesagt hat, naja, manche Dinge, die die AfD sagt, müsste eigentlich der Bundespräsident sagen und gehen Sie mal hier auf die Sonnenallee, fragen Sie mal die Syrer oder die Libanesen oder Palästinenser, die hier seit 30, 40 Jahren leben, ihre Imbisse, Kiosk, Geschäfte halt haben, fragen Sie mal die, ob die Bock haben auf das, auf die Syrer, die in den letzten Jahren hergekommen sind. Also das, also ja, Ali Boumaier, das berühmte Interview, wo er sagt, meine Jungs wollen nicht nur, die werden die AfD wählen, seine Jungs, das sind zum Teil Abou-Chakas und so weiter, also da gibt es auf jeden Fall auch eine Menge Unverständnis. Und man sieht halt auch, ich glaube auch, das war auch eine These, die ich gelesen habe, ich finde, da ist durchaus was dran, weil es ist ja so, wenn ich mir zum Beispiel hier diese Deutschen angucke in dem Viertel, in dem ich wohne, im Leipziger Westen, das ist ja angesagte linksgrüne Kiez, so, eher grün als links, würde ich noch sagen, obwohl ist ja eh mittlerweile ein Sonnenhüben. So, und dann fahre ich gestern mit dem Bus, leider, ich muss, ich brauche ein Auto, ich brauche endlich ein eigenes Auto, damit ich mir das Elend nicht mehr antun muss. Dann sehe ich halt eine Mutter mit ihren zwei Kindern und die haben natürlich auch so ganz exotisch klingende Namen und das ist, du merkst halt, aus jeder Ohre, das ist natürlich total verzogene Gören und die Mutter kriegt es nicht hin, diese nervtötenden Kinder einzufangen und sagte immer so, ich habe gedacht, warum schreibst du denn deinem verzogenen Gören nicht einfach eine E-Mail? So, lieber Punkt, 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 würdest du vielleicht mal drüber nachdenken, ob du das vielleicht bitte mal lassen könntest, das wäre ganz, ganz lieb, ich bin ja schließlich deine Mutter, also denk doch mal drüber nach, vielleicht, eventuell magst du das mal nicht mehr machen. Ich dachte, okay, wenn das halt die Allmanns sind, wenn das halt die Zukunft der Allmanns ist, ja dann okay, gut, also und dann hast du als Gegenentwurf diese Festzelt-Dorfdisco-Bierzelt-Alls, die halt das rufen und völlig selbstverständlich selbstbewusste auftreten, das ist dann der Gegenentwurf, den hast du natürlich hier in Leipzig-Plugwitz nicht, den hast du eher in den Kleinstädten in Ost und West, vor allem im Ost, glaube ich, und ja, vielleicht ist das ja auch was, was halt den migrantischen Mitbürgern, die nicht so doll draufstehen, auf dieses anti-autoritäre Gehampel von irgendwelchen Problemponyträgerinnen und irgendwelchen Kabelarm-Dullis mit lackierten Fingernägen, ja vielleicht stehen die nicht so auf diese Leute, sondern eher dann auf die Allmanns, die nochmal ganz selbstbewusst düpp-düpp-düpp rausschreien, weil das irgendwo ein ähnliches Klientist ist, das hat mir auch Aro erklärt, Aria Schalikar, der in den 90ern schon mit irgendwelchen Muslimischen Gangs unterwegs war und die sagte, die einzigen Deutschen, vor denen wir damals schon Schiss hatten, waren halt die Bomberjacken-Nazi-Skins, weil die waren genauso hart drauf wie wir und das waren, wir waren stolze Kurden, stolze Palästinenser, stolze Iraner und das waren halt stolze Deutsche und in die Plattenbauviertel haben wir uns nicht reingetraut, so, ich sag jetzt nicht, werdet jetzt alle Bomberjacken-Skins, aber das ist halt tatsächlich was, das verstehen diese Schlappis nicht, so, dass das halt null ankommt bei, gerade bei muslimischen Migranten. Da gab es halt immer, genau, also meine Großeltern, mütterlicherseits waren ja, sagen wir mal, die Alt-CDU, wie sie wirklich früher war und die hatten ja auch eine sehr gute Beziehung da zu den zwei marokkanischen Familien in ihrem Haus und haben halt gesagt, klar, gut, die glauben an Gott, erzielen ihre Kinder vernünftig, nehmen keine Drogen, so. Ja, und da findet man halt zusammen, so die kleinbürgerlichen Deutschen mit den kleinbürgerlichen Migranten halt, ne? Genau, genau. Einfach kompatibel vom Weltbild, ne? Ich meine, bei Galataserei geht es ja wieder um Türken, ist ja wieder nochmal was anderes, weil die ja noch länger in Deutschland sind, noch etablierter und mittelschichtiger halt zum Teil sind einfach. Ja, interessant, schick mir mal die Artikel zu. Ich denke, das ist wirklich ein Kommentar zur Flüchtlingspolitik, also was auch hier meine Nachbarn hier im Haus sagen, die Deutschtür sind, so, nö, wir wählen jetzt die Wagenknechtpartei, weil die halt auch, wir haben halt keinen Bock, Mutti sind ein bisschen anders, sind halt Alevitisch und Aleviten haben ja eh keinen Bock auf diesen strengen Islam, ne? Naja, genau. Der jetzt hier von Syran und so importiert wird, oder das mit den Fußballfans, es ist halt komplett dadaistisch, ne? Es ist halt so abstrus, es ist wie dieses, die Partei hat ja mal eine Demo gegen Lärmbelästigung in Berlin gemacht, wo sie dann ihre Anhänger aufgefordert haben, mit Töpfen und Pfannen durch Sporzberg zu laufen und die aneinander zu knallen und zu schreien, Ruhe bitte, Ruhe bitte. Es ist sowas, ne? Es ist halt, ja, es ist, genau, es ist einfach ein... Palme getrieben, ja, Psychedelik. Ja, und das finde ich macht es ja auch irgendwo... Selbstironie. Genau, und das finde ich, das macht es ja auch so interessant und auch irgendwo witzig, das halt mitzuverfolgen. Also einerseits dieser Nervenzusammenbruch des politischen und medialen und kulturellen Establishments, was ja wie gesagt mehrheitlich aus weißen, deutschen, linken Paternalisten besteht und halt dieses, äh, diese totale Verselbstständigung davon, ähm, bei Jugendlichen mit und ohne Immigrationshintergrund oder auch bei erwachsenen türkischen Männern, also das ist ja so, oder bei Farid Bang, der einfach sagt, ja gut, äh, ich hab ein Süd-Video gesehen, hab mich direkt dran gehalten, bin jetzt gerade in Marbella, so. Das ist einfach mega cool, das ist einfach ein mega cooler Umgang, das ist witzig. Ich dachte, okay, jetzt mag ich, jetzt mag ich Bang, was ist los? Ich mag den doch gar nicht. Die Spießerdeutschen stellen sich halt hin mit einem Transparent und machen eine Mahnwache für ein weltoffenes Sylt und was halt so protokollend und, 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 ja, das auf einer Ebene inhaltlich ernst nimmt, die es wahrscheinlich schon bei diesen Sylt-Leuten nicht mal war, ne? Genau, genau. Weil auch die sind keine klassen Neonazis, ne? Also selbst dann kannst du es wahrscheinlich nicht buchstäblich auslegen. Denn, wie du sagst, es ist, die Forderung ist halt absurd, also nicht mal die AfD fordert Deutschland den deutschen Ausländer raus, was einfach, äh, ja, eine nicht realisierbare Forderung ist, äh. Ja, genau. Und das weiß auch jeder. Ich hab übrigens jetzt den Artikel, ich nehm mal an, das ist der, den du meinst, der ist von Nathan Givertseff, der auch schon hier machbar mal zu Gast war. Liebe Grüße nach Berlin, falls du es hörst. Der schreibt auch, bin zum Beispiel für die Berliner Zeitung. Und... Ähm, zu Stuttgart. Dabei sind auch hier die Hintergründe weiter unklar. Die Fußballfans könnten den Slogan einfach aus Lust einer Provokation gerufen haben. Sagen ein, möglicherweise, um das Meme zu ironisieren. Andere vermuten eine wachsende Feindseligkeit zwischen Menschen mit Migrationshintergrund, die schon lange in Deutschland leben, und solchen, die erst kürzlich einwanderten. Ja. Genau, hier geht's noch weiter. Auch migrantische TikTok-Influencer machen sich jetzt über den Spruch lustig. Ein Video ist, eine junge schwarze Frau zu sehen, wie sie Gedanken verloren, die Wohnung putzt und düpp, 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 Ausländer raus. Nach der Melodie. Die Murmelt dazu, der Kommentar, Point of You. Ich bin Ausländer und singe seit zwei Tagen Nazi-Parolen, weil Ohrwurm. Ja, genau. Ein anderes Meme zeigt junge Menschen mit Migrationshintergrund, die zu einem Lied auf einem Parkplatz tanzen. Das meinte ich vorhin. Die ausländerfeindliche Parole läuft im Hintergrund zu einer orientalischen Melodie. Der Kommentar, Point of You. Du kannst dir keinen Urlaub auf Sylt leisten. Ja, genau das meinte ich. Das hatte ich auch gesehen. Von Bassante, irgendwas. Und das ist halt, es ist halt, es ist einfach fucking witzig. Also, wer das nicht schnallt, ja, tut mir leid. Also, der versteht Meme-Culture nicht. Der versteht, der ist nicht im Jahr 2024 angekommen. Tut mir leid. So, und das sind in der Regel Linke, die das nicht schneiden. Also, natürlich auch irgendwelche CDU-Leute, die auch sagen, oh Gott, oh Gott. Und dann irgendwie der Wiesn-Chef. Das ist wahrscheinlich jetzt kein Linker, sondern CSU-Mitglied oder Wähler seit 100 Jahren. Und auch da will sagen, oh, das ist das tiefbraune Gedankengut. Aber ich meine... Ja, oder Armin Laschet oder so, ja. Laschet hat ja immerhin... Laschet, das finde ich bemerkenswert, was Laschet gesagt hat. Weil Laschet hat einerseits Recht gehabt, indem er sagt, wir müssen natürlich auch über die reden, die einen Kalifat ausrufen in der Öffentlichkeit und über die, die an den Universitäten dort halt antisemitischen Scheiß von sich geben und so weiter. Das ist ja richtig. Ich bin kein Fan von World of Autism, aber natürlich ist die... Da gibt's eine Schieflage in der medialen Berichterstattung. Dann hat Laschet aber was gesagt, wo ich mir dachte, ach du Scheiße. Und er sagte, das ist dann... Es ist richtig so, dass diese Leute an den Pranger gestellt... Also in die Öffentlichkeit gezerrt und an den Pranger gestellt werden und ihre Jobs verlieren. Das ist eine Mob-Mentalität, die da halt... Die halt ein Spitzenpolitiker herbeireht. Dass Böhmermann das macht, ist ja nun nicht verwunderlich. Dass die Bild-Zeitung das macht, ist im Endeffekt... Das ist halt grässlich, aber es ist auch nicht verwunderlich, weil die Bild-Zeitung immerhin noch... Das macht die Bild-Zeitung mit allen, das muss man auch sagen. Das ist die Bild-Zeitung nicht so selektiv. Das kriegen Linke, Rechte, Islamisten, Rechtsbürger, das kriegen alle ab irgendwann. Oder auch was weiß ich, irgendwelche harmlosen Assis. Aber dass Laschet halt sich hinstellt und sagt, man muss diese Leute an die Öffentlichkeit zehren und halt genau diese Hexenjagd dann... Das finde ich tatsächlich... Genau, es ist dann eine Hexenjagd, das dann korrektiv aufruft. Könnt ihr uns aus den letzten Monaten Sachen geschicken, wo dann jeder Dorftisco irgendwelche Handy-Videos dann ausgewertet müssen, ob da einer das... Also ich habe gelesen, das ist vor sechs Monaten ungefähr, hat das mit einem Fest in Meccom irgendwie angefangen. Ja, das war letztes Jahr im Herbst, genau. Da fing das an und das Video kenne ich auch. Ich glaube, das war ja damals schon, das kursierte schon für ein paar Tage und vielleicht auch ein paar Wochen durch Twitter und Instagram. Da wurde es auch schon kurz Mima. Erst Sylt hat das jetzt so ausgelöst. Die hatten das letztes Jahr auch schon kommentiert, Jörg und ich auf Patreon. Da waren es halt wahrscheinlich... Also die Jungs, die da mitgründen, die sehen halt wirklich aus wie 90er Jahre. Also da denke ich mir auch so, als die zur Zeit wirklich so ein paar Dorfaschos aus irgendwo bei Paseweig in Meccombe geschafft haben, dass das jetzt halt... Genau, die beiden sind es wahrscheinlich wirklich ernst, so in dem Sinne, dass sie wirklich inhaltlich dieser Aussage zustimmen tatsächlich. Ja, genau. Bei den Syltern weiß ich es nicht mal wirklich. Es ist halt ein bestimmtes Milieu, ich nenne es halt so großbürgerlich oder so. Ich weiß nicht, es macht Sinn, die großbürgerlich sind. Es ist vielleicht so eine Privathochschule. Ich meine, es haben ja auch Schüler in Luisenlund, haben das Video ja auch aufgegriffen. Genau, es ist ja so... Es ist auch der Klientel. Luisenlund ist ja mit, neben Schloss Salem und so, eins der Privatinternate. So die elitäre Privatinternate halt. Gut, und dazu natürlich auch nicht der große Migrationsfreund. Und da gibt es viele, die da sagen werden, ja, die AfD spricht für uns, vielleicht eher so die Weidel-Linie, eher die liberale Linie, nicht so die National-Dingsbums wie die Höcke-Linie, sondern eher die national-liberale Politik bevorzugen oder so einen Maaßen bevorzugen oder sowas. Das passt eigentlich zu diesem Südmilieu eigentlich ganz gut. Genau. Und selbst halt ein Maaßen oder eine Weidel sagt natürlich nicht buchstäblich Deutschland den deutschen Ausländer raus. Wie gesagt, diese Original-Videos, dieses Meck-Pom-Video, das sind wahrscheinlich wirklich so die Dorffaschos, die es mehr oder weniger tatsächlich so meinen. Genau, das glaube ich tatsächlich auch. Also die Leute sollen mir aufhören, dieses Video von Stürzenberger zu schicken. Ich möchte das nicht sehen. Appell an alle, die das jetzt hören, schickt mir nicht weiter dieses Video, wo Michael Stürzenberger in Mannheim angegriffen wird. Bitte, ich möchte das nicht sehen. Du weißt darüber Bescheid. Genau wie die, die ein Kalifat wollen. Und die meinen es wirklich. Die meinen wirklich from the river to the sea, Zionisten-Schweine jagen. Das ist halt ernstgewiss, das ist halt kein Meme. Genau, das ist halt kein Meme. Wobei die Linke ja jetzt ein Meme tatsächlich mal erfolgreich gemacht hat. Dieses All-Eyes-on-Ruffer. Das fand ich witzig, aber da ist ihm mal wirklich gelungen, was zu streuen, was auch in so einem mimetischen Sinne halt... Ich glaube, es wird jetzt nicht abgewandelt irgendwie groß, aber es ist viral gegangen. Es ist ja kein Meme. Es ist ja der typische Internet, der typische Online-Aktivismus, den wir seit ein paar Jahren kennen. Also vor allem seit Black Lives Matter und so weiter. Das ist ja kein Meme in dem Sinne. Ein Meme hat ja einen gewissen postmodernen Irushinieren. Nö, ich würde sagen, das ist das typische Current-Thing-Verhalten. Deswegen, das ist auch nie witzig. Diese Current-Things, diese linken Current-Things, die dann irgendwie bedenkenlos übernommen werden und weiter verbreitet werden, vor allem in diesem Online-Aktivismus, sind nie witzig. Und das war bei Black Lives Matter so mit ihren schwarzen Kacheln, die sich dann alle am 2. Juni vor ein paar Jahren ins Twitter- und Insta-Profil gepackt haben. Das war nicht witzig. Genauso wie dieser ganze andere vier Spritzen im Twitter-Avatar. Das ist alles nicht witzig. Das ist, weil Linke per se meistens nicht witzig sind. Und das muss ich sagen, tut mir leid, das kriegt halt die Gegenseite halt besser hin. Und das bringt mich nämlich auch zu einem anderen Punkt nochmal. Dieses Ding mit Döp-Döp-Döp, das ist auch einfach eine Form von Jugendrevolte. Es ist, ob einem das passt oder nicht. Aber du kannst halt heutzutage. Links ist das, es ist absolut Establishment. Links ist nicht mehr subversiv und rebellisch, schon lange nicht mehr. Punk war rebellisch, als es nicht links und nicht rechts war. Da war Punk subversiv und gefährlich. Das ist aber schon lange vorbei. Alles wird irgendwann von links natürlich irgendwie kannibalisiert oder institutionalisiert und damit harmlos. Weil deswegen wird auch dieser ganze linksradikale Kram immer verrückter, weil je mehr die Gesellschaft, der Mainstream linker wird, desto weniger hat eine Linke, die sich irgendwie als subversiv und staatsfeindlich inszenieren muss, desto weniger haben die halt anzubieten. Und desto verrückter wird das auch immer. Und deswegen wird jeder linke Blödsinn, der in irgendwelchen linksradikalen Denkstuben ausgebrütet wird, immer schneller Mainstream. Wie gesagt, das sehen wir halt bei diesem ganzen Kram-Trippel-Oppression vor 30 Jahren. Heute ist das Mainstream, heißt Intersektionalismus. Das ist irgendwo ein gewisser Gang der Geschichte. Und wenn du heute als Jugendlicher subversiv sein willst, dann gehst du nicht zu Fridays for Future, sondern spielst den Song. Und du musst es nicht mal mitsingen. Jeder weiß sofort, was gemeint ist. Und ich glaube halt, wir sind bitte 30, Koja. Aber die Kids, die jetzt so 16, 17 sind, vielleicht auch in einer Kleinstadt wohnen, und die sind vielleicht noch mal ein bisschen anders provokant drauf. Ja, das werden sich mega viele, werden sich das als Handy klingeltun. Natürlich, natürlich. Warum ist das auf Platz 1? Auf den Geburtstagspartys gespielt werden, klar. Genau. Das ist halt so ein Code. Ich meine, die Linke würde sagen, es ist ein Dog Whistle. Es ist ein, genau. Genau. Naja, und das ist halt tatsächlich was, wenn halt der gesamte mediale, politische und kulturelle Betrieb sagt, das darfst du nicht hören. Und überall wird es verboten, wird es den DJs verboten, es zu spielen. Das ist halt der Streisand-Effekt auch. Es ist der Streisand-Effekt und es wird exakt das Gegenteil bewirken. Was meinst du, wie war es bei dir, Koja? Bei mir war es auf jeden Fall so, als dann, keine Ahnung, als halt, als ich rausfand, dass die Ärzte eine, also indizierte Alben haben, die musste ich haben. Ich musste, um alles in der Welt musste ich als 13-Jähriger diese drei indizierten Ärzteplatte haben. Als ich mit 14 rausfand, dass der Song Bullenschweine von Slime auf dem Index steht, und dass es immer irgendwie, dass es Polizeieinsätze auf Demonstrationen damals gab, wegen dem Lied Deutschland muss sterben von Slime, da musste ich dieses erste Slime-Platte von 1981 haben. Es war einfach völlig klar. Es funktioniert nie, es funktioniert nicht. Und ich finde, es ist auch sehr, sehr deutsch, es einfach zu verbieten. Da muss ich ja sogar sagen, da hat ja Frau Claudia Roth ja mal einmal einen klugen Gedanken geäußert, die hat gesagt, nur das findet sie nicht gut. Claudia Roth setzt allerdings dann auf geschulte Awareness-Teams. Das heißt, der DJ darf das denn spielen auf dem Wies? Und dann hat er wieder einen Job für die eigenen Klienten. Genau, und das finde ich auch so geil. Das schaffen dann wieder für die Professional-Managerial-Class. Ich habe es auch mal gelesen, in der DDR war ja um die Wendezeit dieses Schwerter zu Flugscharen ja super beliebt, sich das aufzunähen auf die Jacke. Und dann haben die Schulen und so das verboten, sind halt die Jugendlichen alle mit so einem Viereck irgendwie, wo der Patch mal war, aber rausgeschnitten wurde, rumgelaufen. Weil das kannst du halt nicht verbieten. Nein, genau. Und mich erinnert das auch, dieses Verhalten erinnert mich an die, keine Ahnung, an dieses spießigen SPD-wehenden Erdkundelehrer der 70er und 80er Jahre, die dann damals schon gesagt haben, oh, wer die Band KISS hört, wegen diesen... Ja, genau. Das ist ja auch Faschist, Rockmusik ist per se faschistisch. Das ist SPD-Lehrer, gut, dieses gegen KISS oder gegen so Twisted Sister und so, das waren ja, kenne ich nur aus konservativen Kreisen eigentlich, das so zu moralisieren. Nee, also ja, also beides, beides, beides. Naja, wir sehen es ja auch heute auch bei CDU, CSU-Leuten, die das auch verbieten wollen, weil sie Jugendproteste oder Jugendbewegungen nicht verstehen und auch noch nie verstanden haben. Natürlich in den 70er Jahren waren es beides. Es waren natürlich einmal konservative Kreise, die gesagt haben, Heavy Metal ist Satans Anbietermusik oder Punk. Das ist halt, was ist das? Das sind Lumpen, die müssen eigentlich ins Arbeitslager. Genauso gab es das aber auch von linker Seite. Also ich habe noch ein Buch über Rechtsextremismus von 1981 und da geht es dann halt darum, um die damals winzig kleine Neonazi-Szene, um Michael Kühn und die Viking-Jugend und so Leute, Bewegung und Gruppen, die heute völlig in Vergessenheit geraten sind. Und das waren damals vielleicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich kannte jeder jeden in dieser rechtsradikalen Szene, weil es so klein war. Und damit man dann aber halt damals schon einen Grund hat, so ein dickes Buch darüber zu schreiben, muss man dann halt so tun, als wäre das schon längst im Mainstream angekommen. Und dann der berühmte Heidmeier-Satz, 13 Prozent oder 12 oder 13 Prozent der Bundesbürger haben ein geschlossen rechtsextremes Weltbild, was sich aber nicht in Wahlen oder Demonstrationen äußert. Ja, wo ist denn? Ja, und? Ja, und? Und da mal in diesem Buch, was ich habe, über die gefährliche rechte Szene der frühen 80er Jahre, die tatsächlich wirklich gefährlich war, das war ja die Zeit, wo es sehr viel rechten Terrorismus ja gab. Der Sportgruppe Hoffmann, das Oktoberfest-Attentat und so weiter. Aber die kommen dann auch an mit Kiss und kommen dann auch an mit Punkbands, weil die das nicht verstehen. Und warnen dann davor, dass das ja dann verharmlost und sei Nationalsozialismus mit verharmlost, weil die es einfach nicht verstehen, weil die es noch nie verstanden haben. Und das setzt sich ja bis heute fort. Und das ist halt 50 Jahre her. Damals konntest du aber als linke Band, ich meine, es gab ja auch eine Punkband, die eigentlich zumindest in der zweiten Generation schon sehr links waren, gab es trotzdem noch gewisse Provokationen. Es gab eine linke Band aus München, Tollwut, die haben halt Lieder gegen Nazis geschrieben, aber halt auch eins gegen die Grauen Wölfe, wo sie halt ein bisschen sehr doll auch eigentlich, also nicht nur die Grauen Wölfe benennen, sondern auch, also die heißt halt Türken-Blues. So, also das kann man auch, wenn man will, das alles ausländerfeindlich auslegen. Also so, es war ja, und es war eine Provokation. Die bösen Onkels haben 1981 mit den Türken raus im türkischen Gemeindezentrum gespielt in Frankfurt. Und das Sieg wurde da abgefeiert und beklatscht, weil das auch keiner ernst genommen hat. Weil es ja auch nicht ernst gemeint war, dass alle Türken raus sollen. Das ist halt das, was die Spießer, ob links oder rechts, einfach noch nie verstanden haben. So. Und das kennst du sicherlich auch noch aus deiner Jugend. Klar. Jetzt ist es halt ein anderes Establishment einfach. Das ist einfach der Unterschied. Ein Establishment, was sich halt als ganz links und toll und fortschrittlich fühlt. Das ist halt der Unterschied zu dem bürgerlichen Establishment, was mal auch seine Hysterien halt hatte. Ja. Auch in Manson gab es ja ewig Hysterien. Ja, das ist ein guter Punkt. Wenn wir mal so ein bisschen zurückgehen in die... Bestimmte Videospiele. Genau. Wenn wir mal so ein bisschen zurückgehen, so in unsere Kindheit und Jugend. Jetzt die Opas erzählen vom Krieg. Man kommt ja in das Alter, wo man sagen kann, ja, früher. Hört mal zu, liebe Kinder. Früher war es so. Was waren denn so die Aufreger eigentlich? Kannst du dich noch an die Aufreger-Dinger erinnern? Merle Manson ist ein gutes Stichwort. Kann ich mehr noch drin nennen? Killer-Spiele, so Ego-Shooter. Genau. Und das hier Dingsbum, sowieso Flatrate-Saufen war bei mir, als ich am Gymnasium war, dass da waren halt, dass jetzt überall angeblich die Bars Flatrate-Saufen anbieten und die jungen Leute da ihre Grenzen nicht kennen irgendwie. Mhm. Kenn ich auch noch. Das weiß ich noch, ja. Kann ich mich auch noch drin erinnern? Und dann natürlich vor allem so... Ein bisschen auch Rammstein, ne? Dass Rammstein angeblich rechts ist. Genau. Ja. Ja, Onkels natürlich. Das war auf jeden Fall noch ein großes Ding. Das war ein großes Ding. Dann zu Beginn der 2000er der aus Berlin kommende Begangster-Rap, also die Anfänge, Agro Berlin. Stimmt, ja. Das war auf jeden Fall auch richtig krasse Aufreger. Und natürlich hat das genau das Gegenteil bewirkt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Flair, also wie auch da wieder dieses käsebleiche Allmann-Establishment, nicht klargekommen ist mit dem Album Neue Deutsche Welle von Flair, der ganz bewusst von seinen Agro Berlin-Label-Chefs so inszeniert wurde, als das deutsche Gegenstück zu diesen ganzen anderen stolzen Cannex, Moshido, als Tunesier, keine Ahnung, Bitaid, der sich immer als der N-Wort inszeniert hat. Und das war eine ganz bewusste, politisch unkorrekte und tabubrechende Inszenierung, was super gut eingeschlagen hat, weil er das halt natürlich Kids abholt. Und bei Flair war das halt dann das Gegenteil. Also da haben sie halt versucht, ihn so als stolzen Deutschen, weiß und stolz, nee, wie hieß es, hart und stolz. Ach, keine Ahnung, ich kriege es nicht mehr zusammen. Neue Deutsche Welle, jeder kennt es halt noch. Tätowiert, breit gebaut, jeder weiß Bescheid, ich bin ein deutscher Bad Boy oder sowas. Keine Ahnung, blaue Augen, weiße Haut. Also ich meine, natürlich ist das halt, zuckt man dann kurz so ein bisschen als Deutscher, weil man ja weiß, ja gut, damals in den 90er- und Nullerjahren gab es ja auch noch richtige Neonazis. Die haben das auch, fanden das auch toll. Aber bei Flair war das doch damals schon jedem klar, dass ein Typ, der bei Akko Berlin ist und mit einer Community rumhängt, die zu 90 Prozent migrantisch geprägt ist, dass das wohl kein weißer, kein White-Power-Anhänger ist, der zu Hause gerne Lanza hört. Also come on. Das war damals schon völlig, da wurden da irgendwie Bücher drüber geschrieben, über die, I can't relax in Deutschland. Diese Kampagne ist auch furchtbar. Ich dachte, mein Gott, nein, nein, Flair ist wirklich nicht das Problem. Flair ist nicht das Problem. Wirklich nicht. Stimmt, das war auch eine andere Art. Ja, aber das war auch so geil, wie die das da auch schon überhaupt nicht verstanden haben. Und das finde ich wirklich, und jetzt immer wieder, immer wieder kommt das, ja, es ist wahnsinnig einfach, subversiv zu sein. Mach einfach genau das Gegenteil von dem, was der komplette mediale und kulturelle Betrieb halt sagt. So. Hast du noch so ein paar Erinnerungen an damals? Ja, das sind so die, die mir einfallen. Ich meine, Berlin war halt immer liberal so, wo man auch seine Kinder relativ liberal erzieht. Dass das erzieht. So, deshalb habe ich diese ganzen Hysterien nicht so mitgekriegt. Außer halt viel so um dieses Thema Killerspiele, Ego-Shooter, oder wie man es nennt. Ja, halt ein bisschen um bestimmte Bands und so. Ja, hast recht mit dem Gangster-Rap, so mit dem Deutsch-Rap. Aber so viel, weiß nicht, so. Das war wahrscheinlich eher ein bisschen früher, so die 80er und so, wo es dann halt eher so Metal und so bestimmte Hysterien gab. Aber die habe ich ja da gar nicht mehr mitbekommen. Die kenne ich ja auch nur aus der Erzählung. Genau, die 80er kommen wir daher. Dann müssen wir auch Patreon behandeln. Das ist ja gerade mein Lieblingseskapismus in die 80er Jahre. Wenn die Gegenwart zu verrückt ist, dann einfach zurück ins Jahr 1984, wenn es denn so einfach wäre. Ich finde das, aber wir können ja jetzt ja noch mal, bevor wir dann zu Patreon wechseln, können wir uns ja auch noch mal beschäftigen mit der deutschen politischen Rechten. Weil es ist ja schon miteinander verknüpft. Natürlich freuen sich die ganzen rechten Influencer wie Martin Sellner und so, freuen sich natürlich über dieses, dass das viral geht und so weiter. Und ich lese natürlich auch die YouTube-Kommentare unter den Videos mit dem Song. Das sind wirklich Tausende von Kommentaren aus aller Welt. Greetings from Ireland to Germany, Greetings from USA, Greetings from Brasilia, Greetings from Poland. Das ist ja wirklich, das hat sich ja globalisiert. Bis in die USA ist das ja mittlerweile vorgedrungen. Und jeder kriegt das irgendwo mit. Und das bringt mich dann ja auch zu dem nächsten Punkt. Das hatten wir letzte Woche. Das ist ja in unserer schnelllebigen Zeit ist das ja schon wieder in Vergessenheit geraten wahrscheinlich. Wenn sich deutsche Rechte dann nämlich mal äußern, dieser Skandal um Maximilian Krah. Wann war das jetzt? Letzte oder vorletzte Woche? Ich habe es echt schon wieder... Ja, es sind ja mehrere Skandale. Sein SS-Skandal, sein chinesischer Mitarbeiter oder ehemaliger Mitarbeiter, der mutmaßlich, Unschuldsvermutung gilt ja immer noch, mutmaßlich aus dem Europaparlament, der irgendwelche Infos an chinesische Geheimdienste weitergegeben hat. Und natürlich dieses Ganze mit Voice of Europe, was ja so eine, ja, wie Russia Today, so eine Propagandaklitsche ist, die wohl dem Krah und dem Bistron, weiß nicht, ob sie Geld erhalten haben oder relativ, ja, eine Nähe haben oder mit denen zusammengearbeitet haben, so eine pro-russischen Position irgendwie zu streuen. Ist ja witzig. Ich meine, ich sage immer, dieses pro-russische ist ja interessant, so dass, das, was die AfD jetzt sagt, war ja in der SPD noch vor der Invasion quasi auch der Mainstream, in der Linkspartei sowieso. Also ich springe jetzt da auch was an und zu Recht, ja, ist auch richtig, bin alles andere als irgendwie ein Russlandfreund, aber die AfD macht ja nur einfach das weiter, wo der Mainstream irgendwie dazugelernt hat, führen die halt einfach fort. Das ist einfach so ein bisschen so, führt euch mal nicht zu, da irgendwie zu selbstsicher oder zu, ja. Ist halt einfach, ja, ist halt lächerlich, das richtig ist zu kritisieren, aber da muss man auch Platzeck und Manuela Schwesig und so weiter halt kritisieren und Schröder und Steinmeier und Vor allem Steinmeier. Irgendwie ist das billig jetzt. Naja, genau, das meinte ich ja vorhin mit diesen Current Things, das ist ja eben, Current Things sind ja in der Regel nicht witzig und dann ist es einfach langweilig. Merkel hat die Invasion der Krim mit weiteren Gaspipeline-Projekten belohnt, so. Genau. Und dass, dass die halt Teil dieser Achse sind mit Hezbollah und Hamas und so und Iran war auch schon bekannt, ja. Also, dass die deutsche Staatsräson ist jetzt, ja, so eine, ja, antiwestliche Achse lange zu päppeln, wirklich. Die haben wir ja aufgepäppelt finanziell, die ganzen Gaseinkäufe von Deutschland, haben ja auch Putins Kriegskasse gefüllt, dieses Land stärker gemacht und der ist natürlich Teil von dieser multipolaren Achse, die jetzt auch Iran und Hezbollah und Hamas und so aufbauen möchte als Gegend zum pro-westlichen Israel und so. Das ist einfach komplett verlogen, sich da jetzt auf die AfD will jetzt, ich meine, will sie, ja, die ist porussisch, stimmt natürlich, das ist halt irgendwie billig, wenn das von Leuten kommt, die halt noch vor zwei Jahren fast so ähnlich gedacht haben und Deutsche haben natürlich immer so ein Drall, dieses, wir möchten das Ding in der Mitte sein, wir möchten nicht die amerikanische, nicht die Pax Amerikaner, sondern wir wollen Brücke zwischen Ost und West für die neue multipolare Weltordnung, und das war ja Mainstream lange in Deutschland, ja. Genau, na, ich finde auch, natürlich, die AfD ist ja auch, also hat ja noch nie in irgendeiner Regierung gesessen, also deswegen ist es wirklich sehr billig, wenn halt dieselben Leute, deren Partei und hohe Leute in der Partei halt genau dieses jahrelang forciert haben, sich jetzt auf die AfD stützen, ja auch zu Recht ja auch, ist ja auch, das ist ja auch völlig berechtigt, irgendwie die AfD. Es ist gerechtigt, aber die AfD hat halt diese Gazprom, die jetzt nicht eingefädelt, die AfD hat halt nicht, saß halt nicht in Amt und Würden, als halt Putin die Krim überfallen hat und annektiert hat und so, das ist halt, genau, deswegen ist es halt auch da wieder purer Gratismut und das ist halt, es sind halt current things so und das sind eben keine Memes, so und dann auch diese Leute, die sich dann die Ukraine-Flagge alle nach Corona direkt ins Twitter-Avatar gepackt haben, ja gut, ich meine, wie gesagt, die Fresse habt ihr nicht aufgemacht ein paar Jahre vorher und das ist jetzt wieder, jetzt wo es billig ist und nichts kostet. Ich habe immer gesagt, diese Gazprom-Sachen sind ein Fehler, das hat auch jeder uns gesagt, das hat ja Litauen, Estland, Lettland, Polen, Ukraine, Großbritannien, Tschechien, USA, haben ja alle gesagt, mach das nicht, aber da ist der deutsche Herrn-Mensch dann ja immer, weiß alles besser. Der Deutsche weiß alles besser. Dann fällt er auf die Fresse und lernt so ein bisschen was und irgendwie ist es ja richtig, ja, es ist ja richtig, die AfD zu kritisieren für genau diese Sachen halt. China ist natürlich nochmal so eine Sache, ja, schon interessant, ja, gut, ist auch so ein bisschen so dieses, ja, dass der Krah schreibt, ja gut, die sind halt, wehren sich gegen so einen westlichen, universalistischen Liberalismus, der sie da irgendwie mit Transgender-Flaggen irgendwie behelligen wird, die Menschen in Peking oder so. Ja, das ist nämlich genau das, wo da wollte ich eigentlich hin. Also ich wollte einmal zu dem, was du gerade gesagt hast, dass die Deutschen dann immer dieses, wir wissen eh alles besser und wir machen dann immer unser eigenes Ding. Der deutsche Sonderweg ist ja ein Klassiker und Ja, der ist nicht mal so ein Sonderweg, weil Österreich dasselbe gemacht hat, weil die ungarische und die österreichische Energiepolitik ist super ähnlich. Nee, ich meine jetzt nicht nur bei dieser Russland-Connection, ich meine generell, die Deutschen haben ja wirklich so eine Art, dieses so aus einem Minderwertigkeitsgefühl halt den anderen mal ständig zu erklären, wie es eigentlich zu laufen hat. Das auf jeden Fall. Genau, und das ist sehr deutsch, auch wenn sie das natürlich kommt durch eigentlich Hitler und die Polen sind ja ganz schlimme Nazis, weil die eine andere Migrationspolitik Genau, und wie können die Italiener einfach ihre eigene Souveränität umsetzen, die sollen auch gefälligst Carola Racketer da reinlassen, wie das sogar, glaube ich, Herr Steinmeier gefordert hat. Also ich meine, das ist halt sehr, sehr deutsch, das ist deutsche Ideologie in a nutshell, der deutsche Sonderweg, dieses ständige Besserwissen, wo man selber eigentlich zu nichts in der Lage ist oder zu nichts ist jetzt auch übertrieben, aber also das ist halt wirklich sehr, sehr ekelhaft deutsch. Natürlich hat sich das so ein bisschen universalisiert, aber das ist trotzdem noch etwas, das ist einfach, das ist irgendwo in der deutschen Mentalität immer noch tief drin verankert und ich finde, das ist natürlich nicht nur was, bloß weil wir jetzt halt seit vielen Jahren halt eher Linke, also auch eine linksgewordene CDU halt lange hatten und Leute im politisch-medialen Betrieb halt eher links und grün sind und das halt eben die aktualisierte Form deutscher Ideologie ist, heißt das nicht, dass es das nicht eben bei der Rechten genauso gibt und da finde ich halt, ist Herr Krah ein sehr, sehr gutes Beispiel, also die AfD ist ein sehr gutes Beispiel, weil wenn man sich zum Beispiel andere Rechte anguckt, Rechtspopulisten, wie sie immer genannt werden, zum Beispiel Marine Le Pen, Georgia Meloni, Gerhard Wilders, Donald Trump, Javier Mele, das sind Leute, die sind halt, die sind halt in gewissem Sinne halt universalistischer, die sind halt, zum Beispiel bei Wilders oder Trump, da mache ich mir gar keine Sorgen, über deren Israel-Solidarität, die ist absolut glaubhaft, Meloni beispielsweise und auch bei Wilders, ich glaube, er hat es mittlerweile auch seine Position geändert, zum Thema Ukraine und Russland, das sind halt Leute, die sind in der Lage, Realpolitik zu machen als Rechte, die müssen nicht ihre Hardcore-Position durchsetzen, sondern die natürlich mildern die dann vieles ab und überdenken auch gewisse Positionen und sind auch in der Lage, den eigentlichen, also das, was den Westen mittlerweile so schwächt, das zu erkennen und halt diese Leute stehen irgendwo für den alten Westen, um den es gerade nicht so gestellt ist. Die AfD, aber... Wir brauchen an denen, während die AfD, wie gesagt, so gegen Modell China und sowas. Ja, gegen Modell China, Russland. Wir sind keine Konfuzianer oder es ist halt absurd, wir sind weder ein Parteienstaat mit staatlicher Turbo-Lenkung mit Fünf-Jahres-Plänen, noch sind wir konfuzianisch, noch haben wir einen ähnlichen Bildungsbegriff Bildungsbegriff wie die Chinesen oder so, das hat alles überhaupt nicht übertragbar und Russland ist wieder was völlig anderes, feudale, halbfeudale Oligarchie, die halt Glück gehabt hat, dass sie einfach große, natürliche Ressourcen hat, mehr nicht so und auch das ist kaum übertragbar auf uns und es gäbe ja Sachen, an denen man sich orientieren kann. Es ist ja interessant, dass der Milet dann mit Israel-Flagge da auf die Bühne kommt und so Sachen, es gibt ja Sachen, die nicht diese ganz seltsame Achse sind, also diese China, diese Peking, Moskau, Teheran Achse, warum gerade das jetzt ausgerechnet so der Fixpunkt ist, ich meine, Russland passt zur AfD so ein bisschen, weil sie das verklären, weil sie denken, da gilt noch Familie und so weiter und verklären das halt aus so einem werbkonservativen Gegenpol, aber ja, ist halt, Russland ist halt nicht, ich sage mittlerweile abendländisch, ich benutze den Begriff populistisch oder rechtspopulistisch gar nicht mal mehr, ich sage, ich bin abendländisch im weitesten Sinne, abendländisch ist für mich auch Israel, abendländisch ist für mich auch Australien, abendländisch ist vielleicht für mich auch Argentinien oder so, weil wir alle aus demselben Entwicklungsstrang kommen und historisch über tausend Ecken und Russland war halt nie das, Russland hatte nie eine erfolgreiche bürgerliche Revolution, ist halt was anderes, ne? Genau, wie hat Marx es noch genannt, die orientalische Despotie? Orientalische Despotie, genau das habe ich gesucht, genau. Genau. Orientalische ist exakt das, ja. Das war doch Marx, glaube ich. Dass ich Russen verachte oder was weiß ich, war eine andere Geschichte, Russland ist nicht Polen, Polen hatte schon vor Jahrhunderten eine Wahlmonarchie mit Aspekten von der Verfassung und sowas. Ah, okay, nee, eigentlich original, das ist eigentlich von Karl-August Wittvogel, ein niederbelebter Begriff von Wittvogel, der vor allem auf Aristoteles und Montesquieu zurückgeht und auch in der Marken, okay, ja, asiatische Produktionsweise, das war das, was Marx damit meinte, aber egal, wir nennen es jetzt einfach mal orientalische Despotie, damit weiß ja jeder, was gemeint ist, genau. Und ja, ich finde vor allem bemerkenswert bei der AfD, also ich habe mir auch die Tweets natürlich angeguckt von Höcke zum Beispiel zu dem wirklich sehr tragischen Unglück, was dem Herrn Raisi zugestoßen ist. Naja, und Herr Höcke macht ja auch so auf Kulturversteher und du merkst halt auch dieser Ethnopluralismus und da ist Karl ja auch ein absoluter Verfecht davon, dieses so, jedes Volk hat halt seine angestammte Kultur und die wird auch nicht verlassen und das hat auch, es hat auch immer was mit dem Kulturraum zu tun. Das ist ja wirklich auch diese Absage an universalistisches Denken, was halt mittlerweile, also diese Absage an dieses Denken kommt natürlich daher, dass man halt das ablehnt, was der Westen mittlerweile geworden ist, nämlich dieses, ja irgendwie, keine Ahnung, immer woker, immer bunter in Anführungszeichen. aber der muss ja sich halt aus sich selbst heraus erneuern und nicht indem man irgendwelche abprozten Gegenmodelle sich besitzt. Das ist halt genau das, das ist halt das, was halt irgendwie, wofür halt solche Knallschargen wie Höcke und Krah halt stehen, dass die nämlich einfach sagen, achso, der Westen ist so scheiße geworden, ja, dann verraten wir den Westen und dann sagen wir, das ist jetzt Russland oder China, das sind jetzt unsere Freunde und die Mullers und Erdogan, das sind wenigstabiert, da gibt es wenigstens kein Evokenis. Das ist so dämlich, das ist so hirnverbrannt dämlich und tut mir leid, so sind Wilders und Meloni und Trump nicht, die sind nicht so und von denen wirst du diese Aussagen auch nicht hören. Die haben halt andere Konzepte damit umzugehen und, aber das ist halt, du würdest halt wahrscheinlich keinen affirmativen Bezug zu sowas halt haben oder dann zu hören, sowas wie, na der Erdogan ist halt wenigstens stabil an, das ist halt, ja, und das ist auch dieses nicht, dass diese Leute es nicht verstehen von Höcke und Krah und ihren Speichelleckern, dass sie das nicht verstehen, dass Leute wie Putin, Lukaschenko und Erdogan verantwortlich sind für diese Flüchtlingsströme, dass die das als bewusste Waffe zur Destabilisierung des Wests benutzen und damit halt, und damit halt der Islamisierung, die die AfD ja immer kritisiert, noch Tür und Tor öffnet. Das ist wirklich, dass sie das nicht verstehen, dass sie das nicht verstehen und das meine ich halt, es ist wieder so deutsch, so kurz gedacht, trotzdem glaubt man, wir machen, wir wissen halt alles besser, wir wissen alles besser als unsere europäischen Vertrag, als unsere europäischen Partnerparteien, deswegen sind die ja auch rausgeflogen aus diesem, aus diesem europäischen Parteienbündnis. Ja, genau. Und das kommt halt, das muss doch auch eine Maximilian, klar, klar sein, wenn der kurz vor der Europawahl, wo er eh schon diesen China-Skandal an den Hacken hat und dann gibt er der zweitgrößten italienischen Tageszeitung, die man vergleichen kann mit, das ist die italienische SZ, das ist die italienische süddeutsche Zeitung, der gibt ein Interview und da redet der einen Scheiß, ey, ich dachte, boah, also ich kann das Ganze fairerweise. Das hat ja Tichys Einblick sehr gut mit Großvatergeschichten oder so. Europa war in Ordnung, Europa war in Ordnung. Belässt dich die Franzosen und Italiener nicht mit euren Großvatergeschichten, ne? Sei halt stolz auf deinen Opa bei der SS, so, aber es nervt halt alle, so. Ja, und vor allem, was bringt es halt auch, was bringt es halt auch und dann, wenn ich mir, in Italien, wo halt die SS, also wo die Deutschen, wo die Wehrmacht und so gebütet haben, nachdem Mussolini nie abgesetzt wurde. Ja. Die ihn dann noch da installiert hatten, als über diese, diese, diese de facto Republik Saalo, da irgendwie über die letzten zwei Jahre noch ein bisschen von den deutschen Gnaden, da die Marionette war und wo die da Massaker angerichtet haben unter italienischer Zivilbevölkerung und unter italienischen Partisanen, da kommt das erst recht nicht gut an. Wenn du dann anfängst mit deinem, zu sagen, Opa war doch in Ordnung, nicht jeder in der SS war ein Verbrecher. Hey, das kannst du vielleicht in der Geschichte, in der Runde von Historikern, kann man darüber streiten. Aber das kann, also, aber nein, nein, ob einer aufsteht in Deutschland und sagt, ich will jetzt eine erinnerungspolitische Wende, das ist jetzt mein wichtigstes Thema. Genau. Die Arbeiter wollen, konservativer Wähler, gebe ich natürlich zu, klar. Ja, ich meine, zu einer Form von Konservatismus bei, ja, nicht mehr so wenigen Themen, so, aber. Ja, das ist, glaube ich, normaler Gang bei vielen Leuten, die älter werden, das ist jetzt keine Schande, aber ich finde das so bemerkenswert, ich finde das wirklich so bemerkenswert, nicht nur Deutsche Linke glauben, aber sie haben immer alles, wissen alles besser und Deutsche Grüne und sie haben es verstanden, sondern auch Deutsche Rechte und dann, okay, unsere Partner, unsere europäischen Partnerparteien haben schon uns gewarnt, haben schon gesagt, mit der Re-Migrationsdebatte, und dann setzen wir nochmal einen drauf und das, also dieses, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, dieses, gut, dieses, dieses Multipolare und so, das ist ja sehr, das ist ja Teil des Mainstreams auch, das ist ja nicht nur die AfD, also das SPD, die USA sind die Weltpolizei und das kann ja nicht sein und ich bin auch kein Interventionist, also ich fand da auch einiges falsch, ja, im Nahen Osten, mit dem Irakkrieg und so, ja, aber dieser deutsche reflexivere Automatismus, immer anti-amerikanisch zu sein, ist natürlich auch strunzvereinfachend und, ja, und das ist Mainstream, und dieser Wunsch nach der multipolaren Welt und nach, ja, und, na, wie sagt man, die Pax Amerikaner hat uns ja auch nicht so viel gebracht, angeblich, und da zog ich halt zusammen und wenn es auch aus dem Mainstream kommt, da zog ich nicht nur bei der AfD zusammen, weil es halt, sie nicht wissen, was die Folgen sind von sowas, also, das kriegst du jetzt auf dem Tablett, serviert die multipolare Ordnung und die ist da auch nicht, will dann auch keiner so wirklich, ne, ne, genau, und das finde ich interessant. Auch wenn du bestellst, so, ja, also tatsächlich muss man ja sagen, außenpolitisch, die Ambition der AfD außenpolitisch, hat diese enge Russland-Bindung und Russland ist nun mal ein Teil der Achse des Bösen, das ist, das ist, das ist brandgefährlich, also, und das haben halt, wie gesagt, andere Leute besser erkannt, wie will das, da mache ich mir keine Gedanken drum, so, den kann man vielleicht für andere Aussagen noch kritisieren und so, aber halt nicht für diese irre Politik, das ist ja, wie gesagt, das ist ja dieses Deutsche, es muss dann immer ums große Ganze gehen und darunter machen wir es nicht. Und das ist ja eigentlich wirklich, dass man auch nie lernt, dass man auch da nie daraus lernt, so, das ist wirklich, naja. Wahrscheinlich ist es so, dass die halt zum Teil einfach das Personal aus so völkischen, äh, völkischen Zusammenhängen kommt, also irgendwas, Viking-Jugend oder irgendwie so eine Sache bei der AfD und, keine Ahnung, beim Wilder hat es halt nicht, ne, der sieht ja auch so ein bisschen dekadent aus schon, nicht aus einer wie, ja, ich meine gut, AfD hat auch Leute, die einfach lange bei der CDU waren, oder so, das ist jetzt natürlich nicht die Viking-Jugend oder irgendwelche Leute, die sich jetzt eine Diktatur wünschen, per se, ne, die gibt's natürlich, aber die waren dann eher bei der NPD oder so, äh, ist echt fair zu sagen, aber das ist halt ganz fest drin, bei den Deutschen, äh, ja, das ist ein ganz, ganz oberflächlicher Anti-Amerikanismus, ich bin ja auch anti-amerikanischer geworden in den letzten Jahren, auf jeden Fall, aber es ist halt trotzdem, wie es im deutschen Mainstream und bei der AfD ist, ist es natürlich, ja, naja, die, 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 das Thema, äh, naja, dieses, mit dem Anti-Amerikanischer geworden, in dem Sinne, das ist halt, ne, wir sind ja keine Anti-Amerikanisten oder Anti-, äh, oder Amerika-Hasser, sondern dieses Anti-Amerikanische, ich, ich hab mir die Frage neulich auch mal gestellt, was ist eigentlich mittlerweile los in den USA, als ich dann jetzt wieder die neuesten, die neuesten Irrsinn sah von, keine Ahnung, Drag-Queens, Fat, Fat-Drag-Queen-Story-Hour für Palestine, wo dann im Kindergarten aufgetreten wird, und, äh, da hab ich mir auch gedacht, was ist, was, das wird dann exportiert, mach doch den guten Kultur-Imperialismus, aber nicht diese Scheiße. Ja, vielleicht ist es was, was aus dem Protestantismus auch hervorgeht, ne, vielleicht, wenn da mehr Italiener und Iren oder so gelandet werden, Irland hat jetzt auch einen Knall, genau bei diesen ganzen Themen, aber, äh, vielleicht ist es dieses Protestantische, wie du auch, ich mein, Schweden war ja auch super, ja, linksgrün, ewig lange, ja, ja, vielleicht ist es was im Protestantismus, weißt du, wir führen den Menschen zum Licht, dieses ewige Fortschrittsgedanke, irgendwie, den du, ja, in säkularisierter Form jetzt in den USA hast, einfach. Ja. Vielleicht ist es so, vielleicht, wenn die mehr wie Argentinier oder wie Chilenen oder so wären, wäre es entspannt, aber das protestantische Erden. Ich kann ja auch nicht mal rückgängig machen, so, aber. Ne, das stimmt. Keuer, wir können das ja weiter besprechen jetzt auf Patreon. Genau, ich wollte nur noch mal ganz am Ende, noch mal ganz kurz, noch mal zurück zu Gigi. Es gab dann natürlich auch die Versuche, das von links zu reclaimen. Und da habe ich auch ganz furchtbar peinliche Videos gesehen. Eins ging auch ein bisschen viraler, das wurde, glaube ich, in Neukölln aufgenommen, auf irgendeiner Brücke, wie dann auch ein paar hippe Neuköllner Bewohner, ohne Migrationshintergrund dann auch. Nazis raus, Nazis raus, Deutschland ist multi, alle Nazis raussingen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich auch, wenn ich keinen Bock auf Ausländer hätte, dann würde ich in die linke Szene gehen oder in die grüne Partei und also auf linke Demos gegen vielmehr Vielfalt. Weil da habe ich so gut wie ich gar keine Ausländer. Und das ist bei diesem Neukölln-Video, wo dann Nazis rausgesungen wird, auch wieder klar geworden. Außerdem dachte ich mir auch am Ende noch mal an das schöne alte Lied Flimmern, der goldenen Zitronen. Was sollen die Nazis raus aus Deutschland? Was hätte das für einen Sinn? Die Nazis können doch nicht raus, denn hier gehören sie hin. Ja, genau. Das ist eigentlich ganz einfach. Vielleicht packe ich das Ding noch ans Ende von der Patreon-Folge, die wir jetzt aufnehmen, lieber Keuer. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.